Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Part. The Legend of Zelda The Link to the Past. So, wir sind hier immer noch im Dorf Kakariko. Und eigentlich sollten wir hier den Dorfältesten suchen, aber irgendwie ist der wohl nicht hier. Der versteckt sich hier. Der soll sich wohl irgendwo verstecken. Das hat es, glaube ich, der Typ hier gesagt. Warst du das? Ja, genau du warst das. Ja, jetzt hat er das auf unserer Karte markiert, freundlich für es. Alle markieren sie ja was auf unserer Karte. Die kritzeln alle darauf rum. Ah, egal. Genau, da müssen wir jetzt hin. Und deswegen würde ich sagen, machen wir uns auch gleich auf den Weg, da wir hier in Kakariko ja eigentlich schon alles abgegrast haben. Und eigentlich gibt es hier auch nichts mehr wirklich für uns. Und ja, machen wir uns einfach mal auf den Weg. So, du machst uns hier nicht tot. Warum seid ihr eigentlich aller Grünhünen? Grün ist meine Farbe, Grün ist die Farbe von Link. Ja, also klauen wir ja alle meine Outfits. So, nicht wahr. Oh, jetzt habe ich das Huhn geschlagen. Ich glaube, das sollte man hier lieber nicht zu oft machen. Ich erinnere mich dann nur an Ocarina of Time, wo die einen dann... Oh, oh, das war fies. Das war gemein. Wo die einen dann so massakriert haben, man hatte gar keine Chance mehr gegen diese Aufläufe von Hündern. So, machen wir hier mal ein bisschen Jeet-Arbeit. Zack. Brauchen wir mal ein bisschen Rubinchen. Und die will sich ein paar neue Stiefel kaufen. Los. Sehr schön, sehr schön. Zack, 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 zack. Yeah. Los. Ach, nichts dabei. Halt, ich wollte auch noch mal kurz da hoch gucken. Da gab es doch so ein komisches... Naja, ich sag mal, es sah aus wie eine Höhle oder er sah aus wie ein Dungeon von außen. Und da wollte ich doch mal gerne reinschauen. So neugierig, wie ich doch bin. Ich wette, wir können da denn eh nicht weiterkommen. Aber einfach mal nur so aus Spaß. Okay. What's that? Hallo. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessanter Schicksal. Lass mich deine Zukunft sehen. Mumu. Es wird doch nicht teuer. Na gut. Dann schau mal. Ja. Uhuhu. Ich sehe. Ich sehe, du wirst Sahasrala, den Dorfältesten finden. Das kostet dich 15 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Okay. Toll. Das wusste ich auch, dass ich den selber... Okay, das ist hier dann kein Dungeon. Das ist einfach nur... Ein abzockender Wahrsager. Oh naja. Die vom fahrenden Volk. Ihr kennt ja die... Die Vorurteile. Stirb endlich. Danke. Wo geht's denn hier hin? Oh, ne. Ich glaube, hier will ich nicht sein. Ne. Ich lasse mich ja schon wieder ablenken von irgendwelchen schönen... Oh, jetzt sind die da schon wieder da. Von irgendwelchen schönen Sachen hier und geheimen Gängen und schieß mich tot. Dabei sollte ich hier mal lieber... Okay. Link kann nicht schwimmen. Ach, keiner hat Link gezeigt, wie man schwimmt. Der Arme. Oh, nee. Geht doch. Blöden Viecher, die überraschen den irgendwann mal so. Kommen wir mal gleich so an hier ran. So, ö, 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 ö. So, stopp. Du blöder Busch. So, kommen wir dann auch hier lang. Wo das sieht doch ganz gut aus. Dann gehen wir jetzt einfach mit dem Weg wieder zurück. Schnurstracks zum Dorfältesten. Nein. Mal gucken, was uns der Gutes zu sagen hat. Er soll uns ja sagen, wo das Master-Schwert zu finden ist. Ich bin ja dem noch nicht so ganz überzeugt. Also ich denke kaum, dass wir hier gleich, wenn wir da hingehen, das Master-Schwert und gleich zum Endgegner. Ne, das ist überhaupt nicht Zelda-like. Ich glaube, da müssen wir erst mal tausende von, ähm, tausenden von, ähm, Dungeons hier über uns ergehen lassen, bis wir endlich mal hier irgendwas, äh, zu sehen bekommen. Oder überhaupt weiterkommen. Okay. In diesem Friedhof hier müssen wir bestimmt später irgendwas machen. Oh, wir können schieben. Mein Geist. Komm her. Komm, 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 bitte. Ja, komm her. Komm her. Ich hätte doch nachts spielen sollen. Dann wäre das ja alles ein bisschen gruseliger. Gibt es jetzt eigentlich Tag- und Nachtwechsel? Das weiß ich gar nicht. Ja, komm. Ich glaube ja nicht. Komm her jetzt hier. Blödes Vieh. Na, wir verschieben mal noch mehr Gräber. Oh, ich gebe jetzt hier ein Geheimnis. Oder ist der Geist einfach nur... Oh, mein Geist. Okay. Wow. Ich bin gleich tot wieder. Finde aber nicht schön. Und wieso hält der so viel aus? Wir sollten uns hier mal auf der Suche nach ein paar Herzen machen. Wäre, glaube ich, mal nicht schlecht. Zuerst will ich hier noch ein paar Gräber verschieben. Die Geister sind ja anscheinend nicht so aggressiv. Scheint ein guter Friedhof zu sein. Die scheinen ja wirklich gut in Ruhe Frieden zu können. In Frieden ruhen zu können. So, jetzt habe ich es. In Ruhe frieren zu können. Na, na, na. Eine Wespe. Das ist eine Wespe. Oh, ich wollte es gerade sagen. Eine Fee, eine Fee, eine Fee. Aber es war eine Wespe. Was macht denn eine Wespe hier? Ja, komm. Ja, die... Ah, oh, ein Magietränklein. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier drüben ein paar Herzen, bitte. Bitte. Mensch, ich sage doch schon bitte. Mehr kann ich doch nicht sagen. Also wirklich. Das Spiel ist echt unhöflich. Und mein ganz lieb bitte kriegt man hier nichts. So. Dich will ich nur verschieben. Habe ich den dann nicht auch schon verschoben? Dich noch verschieben? Mein Geist. Und hier. Hier gibt es aber auch nichts anständiges. Nur irgendwelche Geister, die einen nerven. Und ich bräuchte echt mal hier ein paar Herzies. Hallo, Spiel. Ich will Herzen. Okay, ich will keine Herzen. Ich will doch Herzen. Herzen sind ja total überbewertet. Lebensenergie. Wir nehmen das. Und das. Och, kein Herz. Ich kriege hier noch eine Krise. Hm? Oh, das sieht mir hier verdächtig aus. Na, ein verdächtiges. Ein Feenbrunnen. Zumindest. Oh ja. Hallo. Ich werde deine Wunden heilen. Schließe deine Augen und vergiss allen Schmerz. Oh, das ist ja toll. Oh, danke schön. Oh, dies war aber nett. Geht's hier lang? Oh, oh. Das ist ja böse. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, hier sind wir wieder. Ich wollte gerade sagen, hat das Ding jetzt irgendwo rausgeschmissen, wo ich nicht sein will. Zack. Zack, 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 zack. Hier, zack, 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 zack. Oh, gehen wir mal nach unten. Wir sind über diese Brücke. So. Wo kannst du uns gar nichts? Ansonsten gehe ich einfach wieder zur Fee. Wie geht das denn? Kann ich jetzt einfach nochmal hin, weil sie war ja jetzt nur weg. Tschüssi. Zack. Nur, nur, mal mal zum Gucken, Leute. Wenn die Musik sagt, sie ist noch da. Ah, sie ist noch da. Ja, ja, schön. Gut zu wissen. Ach, diese schöne Fee-Musik immer. So, weiter geht's. Zack. Nochmal rein. Ach, nee. Nein. Ich glaube, ich muss wirklich gleich nochmal rein. Hier, nimm das. Ich muss mich angewöhnen, genau über die zu stehen, dass ich dann die schön mit einem Boomerang eins überziehen kann. Na, ich gehe nicht. Ach, 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 ich dachte, ich laufe, wo der weg war. Hm, das ist jetzt gar nicht mit dir rechnet. Was bist du für ein Vieh? Ich will's gar nicht wissen. Eine blöde Krabbe oder das ist aus wie eine Krabbe. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich bin richtig. So. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich spiele das Spiel zwar auch schon seit, äh, äh, knapp, äh, sag mal. Ist doch hier nicht wahr. Das Spiel ist jetzt nicht im Bogen da. Nee, ich spiele das Spiel auch schon seit Magie-Shop Wasserfall der Wünsche. Seit einiger Zeit. Das heißt, einiger Zeit, das ist jetzt hier der vierte Part. Aber mir fällt jetzt erst auf, das linke hier anscheinend rosa Haare hat. Guck doch mal, das sieht doch aus, als hätte er rosa Haare, oder? Das ist nicht blond, das ist nicht gelb, das ist nicht grün, das ist rosa. Oder ich hab hier einfach einen Farbfehler in meinem Spiel, oder? Ich kann nicht gucken. Was bist du für ein schleimig Vieh? Bleh. Ach, hier kommen wir zum Magieladen. Aha. Sieht zumindest danach aus. Da muss ich doch mal gleich hingucken. Magieladen. Da ist doch die alte Frau. Hallo. Ei, ei, ei. Die Hexerei ist schon eine Glackerei. Muss hier am Feuer stehen und nach meinem Kessel sehen. Ich rühre an mein Pilzgebräu. Dieser Saft belebt dich neu. Boah, da hat hier ein tolles Lied draus gemacht, wa? Willkommen im Magie-Shop. Der Wasserfall der Wünsche liegt direkt vor Ihnen. Wasserfall der Wünsche. Magieladen. Eine segene Hexe. Hallo. Der rote Trank ist das Lebenselixier. Der grüne Zauber ist das Zauber-Elixier. Und der blaue erneuert so viel Lebens- als auch Zauberkraft. Ein super Elixier. Wie wär's mit einem Schluck vom roten? Gratis. Wohl bekommst. Hihi. Oh, gratis. Ey, ich wollte gerade... Na gut, die hat mir wohl gerade einen Schluck gegeben, weil ich hatte wohl aufgefüllte Energie. Okay, ich bin in ihr blödes Geschäft reingefallen. Die hat mich wohl total verarscht. Oh, ein Käferchen. Ich bumme mal weg. Oder kann ich dich einfangen? Moment. Das will ich jetzt mal probieren. Nö. Also bumme bei dich weg. Zack. Hihiiiiihihi. Wieso funktioniert das nicht? Okay, dann stell ich mich da drauf. Bitte. Huch. Okay. Jetzt halt mal wieder den Bummern ausrüsten. Bums. Ne, liegt auch weg pomben. Ich glaube, eh, nicht die ist erst ein Schild. Sind, glaube ich, er zum Schieben. Ach, Quatsch. Da erschützt es. Uua. Nimm ich oma Bomben. Oh, meine Bomben sind alle. Das ist schlecht. Ich hab keine Bomben mehr. Scheiße. So. Watz, watz, watz. Zack, zack, zack. So, ich muss aber nach unten hin. Ich komme leider nicht zum Wasserfeld der Wünsche. Schade. Da kleben die Viecher ja auch wieder. Ja. Zum Glück, die können keine Narren-Eingriffe machen. Also sch- Narren-Eingriffe machen. Ja, echt. Nee. Na also. Ich bin schon wieder was tot. Was ist das denn? Was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Nee, schwimmen kann ich noch nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Uh, ich will dich töten. Bist du scheue die Viecher, oder? Hallo? Das heißt, du sollst mein Freund sein. Okay, ich bin tot. Er will nicht mein Freund sein. Ah, okay. Das Länge, wenn die Sicht macht, wenn der schiebt. Das sieht ganz komisch aus. Ich will es nicht wissen. Ich hatte doch so ein dämliches Lebenserleg. Warum habe ich das nicht genommen? Ich vergesse sowas hier immer. Zack, 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 Zack. Oh, weiter geht's. Immer noch auf der Suche nach den Dorfältesten. Wo kann er sich nur versteckt haben? Wir müssen jetzt irgendwie ganz nach unten. Ach du Scheiße. So, immer noch weiter nach unten. Jetzt hänge ich hier irgendwie an dem blöden Busch fest. Sag mal. Äh. Wichtig. Wollen wir jetzt hier nur noch eine? Sonst waren es immer zwei. Von eurer dämlichen Sorte. Naja. Der eine sich wohl schon selber in den Tod gestürzt, weil er gewusst hat. Oh, Link. Oh, der kommt gleich hier. Oh, oh. Da müssen wir ja gleich in den Tod stürzen. Zack. Hier, 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 hier. Ich. Dass ich aber auch immer gleich alle Viecher töten will. Ich bin immer so ehrgeizig und dann sterbe ich natürlich auch gleich wieder. Ja, Link. Es tut mir leid. Start vom Speicherort. Start vom Haus von Link. Oder Start beim Speicherort. Es fällt mir jetzt erst auf, dass man das jetzt... Oh, 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 oh. Ich hätte wohl doch den anderen Weg gehen sollen. Der war doch vorher auch nicht so ein Vieh. Warum ist er jetzt da? Na gut, die werden dann, glaube ich, random. Da hingesetzt. So, nochmal von vorne. Zum dritten Mal. Diesmal lasse ich die blöden Viecher in Ruhe. Versprochen. Es ist halt mein Ehrgeiz, als hier... ...beletschen doch Zelda-Fan, ne? Ich muss hier alle Gegner töten. Jeder muss... ...sein Fett wegkriegen hier. Genauso wie ihr beide. Und warum kann ich dich jetzt nicht töten? Und du lebst ja gleich wieder. Zack. Zack, zack, zack. Irgendwo war dir gerade ein Back. So. Ich bin schon wieder gleich tot. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier einen anderen Weg lang gehen. Nö. Aber die Fälle gehen hier einfach wieder unten lang. Diesmal einfach durchhotten. Ohne jegliche Ablenkung von diesen... ...roten Viechern hier. Auch wenn es gerade ziemlich viele sind. Aber keiner trifft mich. Keiner trifft mich. Weil ich hier immer gerne mal alles angucken würde. Ich habe eh keine Bomben. Soll ich vielleicht nach Kakaribu zurück und mir Bomben kaufen? Ah, diese Zwiespälte. Diese Zwiespälte. Zack. Du stirbst auch noch. Ich habe keine Angst. Ich sehe hier ja nicht gut aus. Jetzt bin ich glaube ich schon zu weit. Jo. Zurück. Da lang. Einfach nach oben. Genau. Genau. Müssen wir mal langsam hier... Zu dem Dorfältesten... Hallo? Zu dem Dorfältesten kommen. Uh, eine große Treppe. Ich will jetzt mal hier lang gucken. Das hier fällt mir nicht. Gelbe Bäume. Ja, Leute. Ich muss mir immer erst alles angucken. Ich meine, ich habe das Spiel zum ersten Mal. Und wie gesagt, als Zelda-Fan... Da hat man erst mal so ein paar... Na ja, äh... Präferenzen, ne? Dass man hier alles erkunden möchte. Und diese... Statuen sehen ja auch nicht schlecht aus. Ich bin schon wieder halbtot. Jetzt nehme ich mal dieses dämische Elixier. So. Prost, Link. So. Weißt du, es wirkt's. Jetzt hätte ich's ja reklamiert. Wah! Weiter nach oben. Oder ist das da das Haus? Bin ich da schon richtig? Oh, ich bin ja hier schon richtig. Oh, Mensch. Ups. Malthus hat mich natürlich trotzdem noch getroffen. Ne? 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 Sich aber auch immer alle Viecher kaputt machen. Ne, ich gehe da jetzt nicht rum. Kaputt machen will. So, Rainer. Dorfältester. Hallo? Sprich mit mir. Ich bin Sahas Krala, der Dorfälteste. Einer der sieben Waisen ist ein Vorfahre von mir. Oh, tatsächlich. Es überrascht mich, dass ein so junger Mann nach dem heiligen Bannenschwert sucht. Link, nicht jedem ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Die Legenden berichten von einem Helden, der die drei Mulette errungen hat. Wünschst du wahrhaftig, es zu finden? Nun, äh, also selbstverständlich. Gut. Dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Ostpalast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich mehr von meiner Weisheit mit dir teilen. Doch nun, geh zum Palast. Ist die denn auch auf meiner Karte markiert? Okay, wir können die Karte jetzt nicht... Und ich brauche Bomben, es war mir so klar. Ja, toll. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück nach Kakariko und kaufe mir Bomben. Und ich wusste es doch, wir kriegen das Schwert nicht einfach. So, wir müssen jetzt wieder hier Tempel machen. Tempel-Action. Kann ich die auch mit einem Bumerang? Ah, die kann ich auch mal betäuben. Ah, sehr schön. Zack, 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 zack. Hihihi. Macht das alles ja ein bisschen einfacher, der Bumerang, ne? Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Na, na. Ich muss zum Ostpalast. Das wollte ich mal gucken. Ich wusste es doch. Ich markiere nur mal alles auf meiner Karte. Was ist denn das da oben? Ach, und da ist das schwer. Guckt mal, links oben in der Ecke. In dem Wald. Ups. Hm. Aber erstmal werden wir hier den Part beenden. Und im nächsten Part sehen wir dann uns... Werde ich denn mal Bomben holen? Oder wie gesagt, ich hol die. Ich hol die offscreen, genau. Und wir sehen uns dann hier wieder. Wenn ich denn... Bomben habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.